Ich habe angefangen Service-Learning umzusetzen vor etwa zwölf Jahren und begleite seitdem Schulen, die das machen, wissenschaftlich. Wir schauen uns an, wie Schulen Service-Learning umsetzen, die Vielfalt an Projekten, die Lernphasen, die die Schüler dabei erleben und einfach verschiedene Effekte, die das hat auf Schüler. Sie entwickeln sich in ihrer Persönlichkeit, sie verbessern ihre Problemlösekompetenzen, sie werden selbstbewusster und sie lernen eben kommunikativ mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und können auch, wenn es gut gemacht ist, ihre fachlichen Kompetenzen entwickeln.